Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tomb Raider 2 Remastered. Wir sind in Erweiterung, im DLC, die goldene Maske und aktuell im Level das Gold ist None. Gerade ein bisschen doof, weil wir sind letztes Mal noch ins Wasser gesprungen und dann ging es nicht so gut weiter. So, also sind wir hier und was ich noch gesehen habe, da sind gleich ziemlich viele Gegner zum Anfang schon. Mal gucken. Mehr als Sterben ist nicht, ne? Für das Gold ist Maren. Ist das gutes Gold oder schlecht ist Gold? Gleich noch Angriff gehen. So. Shit. Das Wasser war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, ja. Alter Finner. Au. Na gut. Der Arsch. Okay. Das war nicht so gut. Ist aber auch nicht einfach hier. Wir haben jetzt so wenig Heilung. Aber wir haben ja nichts. Nichts mitgenommen, leider. Ah. Dieser Hund, ey. Schreckt den hier gleich zur Tode? Oh. Komm schon. Knapp. Knapper geht's nicht. Irgendwo ist noch ein Hund. Aha. Shit, das war kein Medi. Ich bin der Meinung, irgendwo ist noch ein Wauze-Bauze. Aha. Noch kein Medi. Das ist natürlich etwas schlecht. Will ich das speichern? Will ich das nicht speichern? Ich speichere das mal. Wir können ja... Wir müssen ja sowieso auf einen neuen Slut. So. Da draußen noch wer genießt. Gesundheit. Okay. Ich weiß nicht, ob das mit Facki hier so gut ist rumzulaufen. Machen wir lieber so. Ist ja vorhin ein bisschen Licht, aber... Jetzt bin ich ganz unbewaffnet. Oh, dieser blöde Hund. Entschuldigung. Ich frage mich nicht, wo dieser Hund jetzt herkam. Irgendwo hinter uns. Gespawnt bestimmt. Stimmt gespawnt, der Hund. So, Fifi, wo bist du jetzt? So, mach Sitz. Okay. Also, wir sind eingesperrt. Und wir müssen irgendwie überleben. Der nächste Gegner ist unser Tod. So, wenn er mindestens noch schießen kann. Schlecht. Ich rufe den Typen, wir sind tot. Heyo. Ich mag eure Fenster nicht. So, ist das jetzt ein Midi? Was? Zum Tränen bist du jetzt so. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Was gibt's hier draußen noch Schönes? Vielleicht nehmen wir so etwas mal das mitnehmen. Aha. Können wir das machen? Da sind wir zumindest schon mal gegen den Hund gesichert. Oder allgemein schon mal so weit gesichert, wenn es nämlich über das Sprechern wird, zu Trauer. So. Hör dich doch. Hey. Stirb. Stirb, aber dropp mir was. Ah, Idiot. Wenn du dich gedroppt. So. Heyo. Ist das ein Fenster? Ein Hebel. Ich meinte da unten jetzt immer ganz kurz den Weg. Mal gucken, was es hier noch gibt. Was ist passiert? Mann, wirklich, was ist passiert? Ich hab keine Ahnung. Ich vermute mal, hier ist aufgegangen. Ich hör Geräusche und die machen mich aber nervös. Ist nicht schön. So, das nehm ich gerne mit. Aha. Wo denn? Du seid ja schon da. Okay, das ist fies. Ihr seid ja schon da, ihr Pisser. Äh. Ihr Pinkler. Ich dachte, diese kommen erst, wenn ich da oben bin. Hm. Stirb. Gibt aber auch keinen guten Weg, wenn die Flammen werfen. Ich kann hier unten mal versuchen. Bin ich ein bisschen näher am Wasser. Ist mir schon mal einer? Fassi, nur wo ist der Zweite? Ah, das ist so unfair. Ja. Diese Pisser, Mensch. Ich hasse es. Die Speicheraufwand ist so schlicht. So. Nochmal. Den kriegen wir da oben so weg. Das ist so gut. Zumindest einer lässt sich anrufen, so. Der hat aber leider mal mehr Munition gefressen. Okay, hier fühle ich mich noch safe, hier können wir mal speichern. So. Müssen wir uns nicht mal ganz von so weit vorne machen. So. Jetzt hat die Frage, wenn ich ihn jetzt ausgesucht, dann muss ein oder zwei kommen. Da, wo ist Hundi-Wundi? Letztes Mal, wo ich hier war, war ein Hund. Ja, ja. Brauer Hund. Wenigstens ein bisschen Zuverlässigkeit von dem Hund. So. Aha. 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 Sogar auch noch mal, mein Freund. So. Ich trau mir noch mal zu speichern. Ah, da findet ein Motorrad. Oh. Es ist kaum ein paar Grad wärmer draußen, schon gibt es die Drecksbuden. Die nur Krach machen. Ich habe nichts gegen Motorradfahrer, aber diese unsagbar lauten Maschinen haben, ist das furchtbar. So. So. Was haben wir denn hier noch? Einfach mal aus Protest. Ich hasse eure Scheiben. Ähm. Hallo. Moop. Moop, moop. Keines dafür steht Moop. Hier ist ein Hebel. Wir nehmen wir mal. Was macht der Hebel? Die steht hier bei den anderen Hebel auf. Okay. Wir haben da noch Kisten zu ziehen. Fällt mir gerade ein. Und draußen muss ich bestimmt jetzt hier rüber. Da hinten. Okay. Geht jetzt alle Kisten? Nö. Hast du mal das noch? Kannst du vergessen? Aha. Hm. So, aber auch nicht. Du willst nicht. Weil ich kann nicht maximal ziehen. Das würde mir nur in die Richtung hier was nützen eigentlich. Wobei ich denn damit die Tür kaputt mache. Aber ist egal. Wir gucken mal. Ich nehme den Fuß aber noch einen mehr mit. So ein bisschen hoffen, dass die andere Tür jetzt nämlich hier uns hinbringt. Und dann lohnt sich das. Ich würde springen. Gut, dass es bist du hin worden. Da macht mir so eine Mauer hin, ne? Hallo. Okay, noch okay. Okay. Ich höre schon mal schritte. Okay, jetzt hat er aber Gott sei Dank nur Schläger-Typis. Da kommen wir nicht lang. Noch nicht. Hallo. Na gut, nicht nur Schläger-Typis. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, habt ihr eine Möglichkeit eure Tür aufzumachen? Ich muss bestimmt zu euch rein. Macht ihr keine Mühe. Entdeckung. Warum kommt dein Kumpel jetzt hier nicht raus? Er meint, als Schruf für dich in Deckung halten zu müssen. Episch. Als Schruf für dich gibt man keine Entdeckung. Da stürmt man rein, du Idiot. So, wo ist es? Ja. Ach, meins. Meins. Hebel. Da steht schon Hebel. Hebla. Sehr schön. Aber ganz kurz, wir sind schon ein bisschen... Upsa. Falsch. So, der und den so. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen. Ich will nichts verlieren. Ihr wisst, wie es ist. Ja, mein Freund. Hast du eigentlich auch was? Ja. Entdeckung. So. Gibt es hier was? Ich habe noch nicht einmal das Gold gefunden, oder? Naja. Ist egal. Wir sind keine Drachen mehr. Interessiert mich nicht mehr. So. Von da kam er. Was ist hier? Aber nicht zum Interagieren. Fällt mir gerade ein. Es soll ja ein Update drüber gelaufen sein. Ja, super. Ich muss mal angeblich neue Posen haben. Ich muss mal ein bisschen von der Wand weg dazu. Moment, Moment. Das muss ich jetzt einfach ausprobieren. Ist jetzt hier halt. So. Was haben wir hier? Ja. Ist wirklich eine neue Posen. Schön. Was zum... Wenn sie es mal könnte. Das kann sie ja. Oder nicht das. Didi-di-di-di-di-di-di-di. Na, das ist schön. Das gefällt mir. Ja. 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 Ich muss jetzt noch ausprobieren. Skyrim. Ich weiß nicht. Ich hab nicht mehr. Ich hab ja gesagt. Ich hab ja gar nicht mehr. Ich hab ja nicht mehr. Haha. Ich hab ja gerade mal so. Wer da gehört. Ich hab ja gesehen. das für ein Outfit. Ah, Löhrchen. Vegas. Ich glaube, ich wünsche, man könnte so etwas echt anlassen. Das wäre cool. Können wir jetzt so rumlaufen? Schade. Okay, wir machen weiter. Jetzt müssen wir uns neu bauen. Warum haben wir sowas noch? Keine Ahnung. Vielleicht so ist Let's Player helfen, eine Sumpte-Pose zu finden. Hallo? Da ist ein Sternchen. Ich will das Sternchen drücken. Ach, geht der Nase. Moment. Oh Gott. Warum nicht? Achso, ich brauche eine Sternchenkarte. Okay. Oh, die Nase, ey. Aber die haben zwei Jahre nicht. Bitte keine Flammenwerfer. Ich komme mit vielen klar, wenn es keine Flammenwerfer sind. Zumindest hört es sich schon mal ganz gut an. Wo der Typ jetzt herkam. Mann, das ist jetzt Hund, ich weiß. Vielleicht von oben. Es ist immer sehr unfair, wenn ihr trifft und ich nicht mal weiß, wo du bist. Junge. Da oben seid ihr. Hey. Verrate nicht, was die Demo ist. So, Nummer eins ist weg. Bin ja der Meinung, die waren oben zu zweit. Aber komme ich jetzt auch nicht hin. So. Oder vielleicht doch. Ist das nur schräg oder was zum Laufen? Nur was zum Laufen. Alles. Na. Die wurden es aber hier mit Gegnern echt wissen, wa? Was ist der denn von der Action? Bakura hier, wa? Baku. So. Kann natürlich der einer von den Zweigen gewesen sein. Aber ihmchen ja hier hat nichts gedropt, wa? Allgemein. Also ziemlich verschwunden. Kein Schritt auf. Der Papa kitzelt ihn wieder. Ich weiß es. So. Im großen und ganzen. Weiß egal, wo oben und unten weiter müssen. Ich will mal nicht da mal rüber gucken. Hallo. Hallo. Junge, 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 Junge. Wadern mir meine Medis wieder weg. Ich hoffe, du hast eins jetzt für mich. Oh, ist doch gut. Dann bin ich ganz zufrieden damit. So. Was haben wir hier Schönes? Da ist die Tür. Sitz. Boah, ich nehm mal mit. Jetzt wird Flammenwerfer kommen, ja? Gott sei Dank, nicht. Sollte ich mal abspeichern. Dass da kein Flammenwerfer kam. Hier. Was haben wir denn? Was ist es denn? Ein Schaltkreis. Ein Schaltkreiser. Das war das hier so ein bisschen Armdämmerung. Ich hoffe, dass es für euch alles noch recht gut erkennbar ist. Sie haben, YouTube dunkelt ja immer noch ab. So. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt richtig sind. Ich vermute mal, der Schaltkreis muss hier hinten rein. Dann können wir da hin. Aber erstmal würde ich gerne nochmal unten gucken. Warte mal, hier drüben noch allgemein. Stirb! Gib mir das Midi, genau. Aha. So, einmal nach unten und dann nach oben gucken. So ist jetzt der Plan. Aua. Den tiefsten Punkt, selbst auch beim Schnee noch, den tiefsten Punkt habe ich hier gefunden. Sehr schön. Mach Sitz. Was? Ach. Nur durch die Hand gesehen. Ist aber auch gemein. So, ich vermute mal, das hier wird der Weg zurück sein. Okay. Dann haben wir schon mal den Hund aber weg. Schon mal ein Vorteil. Okay. Dann erstmal da hoch, wo der Typ gerade herkommt. Weil im Nachhinein, da ist offen, für das andere brauche ich einen Schaltkreis. Da ist der offene Weg erstmal interessanter. Apropos interessant. Wo gut? Wer weiß, wo ich schon verpasst habe. So. Hallo, ich habe eine Schrotflinte. Wobei das ja, glaube ich, eher mit Pumpkan und Schroffeln sind, glaube ich, das gleiche. Wobei diese Pumpkan hier pumpt. Damit die man pumpen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich kriege plötzlich, ich hatte Frühschicht. Ich hatte mehrere Frühschichten vor. Ich habe viel zu viele Stunden in diesem Monat. Ah. Scheiß Arbeit. Da ist Gold. Der Hund beschützt das Gold. Der Hund. haben wir denn hier unten waren wir hier nicht schon warum soll ich noch mal zu diesem weg kommen was bringt mir das das war doch hier wo wir foto session gemacht haben das bestimmt wiegt zum gold oder so keine ahnung okay wir gehen nicht schaltkreis einsetzen das war ja auch irgendwie oben so ja ich halte mir immer so lange mit dem gold jetzt auf wenn ich finde finde ich wenn ich pech schaltkreis einsetzen bitteschön okay das tempo ist auch moistin okay das tempo ist auch moistin das ist ein bisschen sehr dunkel hier nur einer fahrt oder der schießt gott da kann man wieder schießen man ja genau haben wir ab nach draußen so das denn ist der jetzt ganz raus oder wird er rein ja scheinbar was für eine dumme aktion naja wünschen soll es tot wir könnten jetzt ein schneemobil haben ziemlich darin gekachelt hier kann ich das überhaupt haben so das war anständig abparken hier ne noch würde ich kein schneemobil haben würde ich mir das mal umgucken leute macht nicht mal musik an ist noch ein bisschen früh bin noch nicht so weit so was gibt es denn hier alles noch ein midi ist schon mal ganz gut da ist diese die chipkarte die wir brauchen die mucke hier was ist denn hier noch kann ich euch hier wegschieben kann ich sogar was habe ich davon überhin fackeln worum er das dahin führt wir sind es raus na jo na jo oh gott was sind wir so ruckartigen videos da ist es schafft mich so ein leben runter zu ziehen wach man ricksack ok wir gehen da erstmal noch nicht runter aber was denn mit dem schaltkreis god das ist doch kompliziert hier alles gerade so du willst Ärger du kriegst Ärger was ihr könnt kann ich doch auch ich habe nur kein licht hier drauf kann ich nicht kann ich keine vergeben leider so so keine Ahnung was da drüben soll ich wollte aber erstmal hier oben gucken so was ist hier oh gut ist ja viel zu viel los hier ist ein Hebel macht der Hebel naja bitte Dankeschön Hebel macht ein Venti aus Hebel ist weiter ist aber schon nicht Ende oder ich habe ein bisschen Angst um ans Ende zu schwimmen sei dumm zufällig richtig schwimmen sind alles andere wo es irgendwelche short cuties gewesen wären okay ich bin so verwirrt so hallo wo ist das denn hier okay das ist die Ecke jetzt ich glaube ich bin mir hoch ach ja auch easy okay aber immer noch einmal sowieso da an Land jetzt gleich mal gucken andererseits gucken mich da drüben rüber kommen wegen des das ist wie so ein Leiter was haben wir hier noch oh Gott wir kommen ja irgendwo voran jetzt speichere ich mal